Musik Also wir warten darauf, dass What The Facts jetzt hier gleich losgeht. Janif Balvas ist ein Softwareentwickler, der mit Commodore 64 angefangen hat, als er acht war. Ein Teenage Hacker und jetzt macht er Sicherheit und hat sich sehr für Fax-Maschinen jetzt interessiert, zusammen mit Eyal Tkin, der auch ein Sicherheitsforscher ist und gemeinsam werden sie uns erzählen über Fax-Maschinen und warum zum Fax die Leute die noch verwenden. Der Titel ist Hacken, als wäre es wieder 1980. Danke, danke, hallo CCC. Ihr kennt wahrscheinlich dieses Geräusch, was gerade kam. Mein Name ist Janif Balmas, ich bin Sicherheitsexperte. Mit mir heute ist Eyal Itkin, auch ein Sicherheitsforscher, auch bei CPR Research. Lass uns über die Geschichte von Fax reden. Fax wurde erfunden 1846 von Alexander Bain, 20 Jahre vor der Erfindung der Glühbirne. 1860 gab es dann die erste Maschine, die so aussah wie eine Fax-Maschine. Wieder 20 Jahre vor der Erfindung des Telefons. Das heißt, wir hatten Fax vor, bevor es Licht und Echtzeitkommunikation gab. 1923 dann Radiofax und 1966 hat Xerox, eine kleine unbekannte Firma, die erste kommerzielle Faxmaschine erstellt. Und 1980 hat eine komische Organisation ITU einen gemeinsamen Standard definiert. T30, T4 und T6 und die werden auch heute noch verwendet mit Kleinveränderungen. Das ist die Vergangenheit. Was ist heute los? Heute können wir doch viel besser elektronische Informationen senden. Also mir kommt sofort in den Sinn zum Beispiel E-Mail. Also was wir vergleichen jetzt hier, ist eine schlecht gescannte Fax-Seite und eben eine E-Mail. Qualität schlägt E-Mail-Fax, Accessibility, also Zugang, Zugänglichkeit auch. Und Verlässlichkeit ist, wenn du einen Fax versendest, dann weißt du gar nicht, ob das angekommen ist. Also man bekommt eine Bestätigungsseite. Falls es kein Papier gab auf der Empfängerseite, dann kriegt man trotzdem die Bestätigung. Also es gibt keine Verlässigkeit bei Fax. Und Authentizität, da können wir viel diskutieren bei E-Mail. Aber es gibt jetzt Public Key Criptography. Für Fax gibt es absolut gar nichts in diese Richtung. Okay, wenn wir also auf diese Tabelle gucken, dann denkt man sich, wer zum Teufel würde Fax benutzen? Es ist 2018. Das Fax-Rät sollte in ein Museum gehen für tolle Technologie, aber sonst sollte das niemand mehr benutzen, oder? Ja, nein. Jeder nutzt noch Fax heute. Fax wird benutzt, um zum Beispiel diese sehr kritischen Karten zu schiffen, auf der offenen See zu schicken. Und selbst in der Wikipedia sind hohe Prozentzahlen von Fax-Nutzern. Wenn du Kontext hast und Fax suchst, dann findest du einfach irgendwie 300 Millionen öffentliche Fax-Nummern auf Google. Und das sind ja noch nicht mal die unveröffentlichten Fax-Nummern auf Google. Aber es geht nicht nur um Zahlen. Es geht nicht darum, wie viele Fax-Geräte da draußen sind. Es geht auch darum, wer benutzt Fax, wenn du eine kleine Firma bist oder eine große Firma bist. Jeder hat Fax. Nicht unbedingt jeder schickt Fax auf Fax-Nummern, aber alle Firmen haben noch Fax-Nummern. Wenn du eine Bank bist, Banken lieben Fax-Nummern. Das ist Bank of China, die größte Bank der Welt und sie haben eine Fax-Nummer. Und wenn du irgendwie eine Regierungsorganisation bist, dann wachst du einfach auf in den Morgen und möchtest gerne mehr Fax-Nachrichten haben. Wollt ihr ihm einen Fax schicken? Viel Spaß, legt los. Wir sollten ihm etwas faxen. Die Sache ist, diese Banken, die Regierungen, die Institutionen, die unterstützen nicht nur Fax, also dass du ihnen einen Fax schicken kannst. Nein. Es ist sogar oft auch gezwungenermaßen nötig, entweder per Post oder per Fax die Informationen zu ihnen zu senden. Das sieht mir sehr verrückt aus. Das kann irgendwie nicht wahr sein. Die Menschheit ist so weit gekommen und wir nutzen immer noch diese alte Technologie. What the Fax? Was zum Fax? Also wir haben überlegt, wir sollten etwas dagegen tun. Wir sollten etwas machen. Und deswegen haben wir angefangen, Sicherheitsforschung zu betreiben und Sicherheitslücken im Fax zu suchen. Okay, aber bevor wir darüber reden, möchte ich kurz einführen, wie Fax heute aussieht. Fax sieht heute nicht mehr aus wie vor 20 oder 30 Jahren. Es war einfach eine Faxmaschine für sich alleine. Heute ist es meistens alte Technologie in neue Technologie verpackt. Wir könnten zum Beispiel Fax auf E-Mails schicken oder E-Mails zu Fax weiterleiten. Wir haben Radiofax, wir haben Fax über Satellit und so Zeug. Die meisten dieser Sachen. Und üblicherweise haben wir diese Geräte. Alles in einem Drucker. Du kannst drucken, scannen und natürlich auch Faxen. Es kommt mit einem Telefonkabel in der Verpackung. Du kannst es einfach direkt einstecken. Und ich glaube, das ist die üblichste Faxlösung heutzutage. Deswegen haben wir uns das angeschaut. Wenn man da auf diese Kisten schaut, wenn man die sich anguckt von der Sicherheitsseite her, dann kann man sie als schwarze Kisten sehen, Blackboxes. Auf der einen Seite gibt es irgendwie Schnittstellen wie WLAN, Bluetooth, Internet, sowas alles. Diese Schnittstellen verknüpfen das Faxgerät im internen Netzwerk. Und auf der anderen Seite gibt es diese kleine Schnittstelle, dass diese schwarze Kiste, diese Blackbox irgendwo in 1970er Jahre verknüpft. Das ist schon eigentlich ziemlich lustig. Wenn man sich jetzt noch überlegt, dass am Ende des Tages diese Drucker nichts anderes sind als Computer. Die haben eine CPU, die haben Speicher, die haben Betriebssysteme. Das sind Computers. Nicht die Standardcomputer, aber das sind Computer. Und wir haben an uns gedacht, stellt euch mal das vor. So ein Angreifer irgendwo auf der Welt hat Zugriff auf eine Telefonanlage und diese Zielfaxnummer. Und was passiert, wenn dieser Angreifer ein korrupiertes Fax an dieses Gerät schickt und dann sozusagen den Drucker, einen Drucker-Exploit ausnutzt, dann kann er quasi vielleicht über irgendeine dieser anderen Schnittstellen von dort aus in das restliche Netzwerk eindringen und unterm Strich eine Brücke macht zwischen seinem externen und dem internen Netzwerk. Und das ist 1990er Technologie. Wir haben gesagt, Challenge accepted, lass uns das mal ausprobieren. Wir waren da richtig aufgeregt. Und dann haben wir ein bisschen geschlafen und als wir dann wieder aufgewacht sind, haben wir das ein bisschen besprochen. Da sind ganz viele schwere Aufgaben mit dabei. Wir sind nicht so richtig sicher, wie wir das hinkriegen sollen. Eines dieser Probleme ist, wie kommen wir an die Firmware ran? Und dann, sobald wir sie haben, wie analysieren wir die? Nach dem Analysieren müssen wir verstehen, was für ein Betriebssystem läuft auf diesen Druckern. Und die letzte Frage ist, wie debuggen wir das? Und als allerletzte Frage, wie funktioniert eigentlich Fax? Und als allerletztes können wir dann darüber reden, wie finden wir da eigentlich die Schwachstellen. Und heute in diesem Talk werden wir da durchgehen und werden dieses Szenario einmal durchspielen. Also, los geht's. Wie kommen wir an die Firmware von diesem Drucker ran? Unser schöner Drucker hier, ein HP Drucker, ein HP Office Jet Printer. Wir haben das Modell herausgesucht, weil HP 40% Marktanteil hat. Da haben sie leider Pech gehabt, aber sie sind einfach das größte Ziel da draußen. Ganz viele Gründe, warum wir dieses Modell herausgesucht haben. Es ist das Billigste. Wir hatten kein großes Budget, also haben wir das gekauft. Und unser Ziel war es, Fax einzudringen. Und vorher mussten wir den Drucker kaputt machen. Jetzt hier, da sieht man ein Bild, da haben wir es kaputt gemacht. Und in dem Drucker haben wir diese Karte gefunden. Hier sind die kritischen Komponenten. Da ist es Flash-ROM und Speicher. Das sieht nicht nach sehr viel aus. Ah, da gibt's noch eine andere Seite. Auf der anderen Seite sind die interessanteren Komponenten. USB, WLAN, Mehrspeicher, Batterie. Und hier sind zwei sehr interessante Komponenten. Das ist der Hauptprozessor. Das ist von Marvel. Das ist proprietär. Das heißt, es gibt keine Beschreibung. Man findet hier und da ein bisschen Informationen darüber, aber es gibt da keine Beschreibung. Und dann gibt's das Fax-Modem. Das Modell ist CSB 1040. Und die Frage ist jetzt, wie funktionieren diese zwei Komponen und wie operieren die zusammen? Und die erste Aufgabe, wie gesagt, ist an diese Firmware herankommen. Und wenn wir da etwas genauer hingucken auf dieses Board, dann finden wir zwei interessante Schnittstellen. Und zwar die Siri Debug und JTAG. Wenn ihr die kennt, mit denen kann man eben Debuggen und Speicher überschreiben. Und da haben wir uns angelacht und gesagt, ja, das ist ganz einfach. Aber leider doch nicht ganz einfach. Ist leider alles ausgeschaltet. An den Siri-Port haben wir es geschafft, uns da anzuschließen. Aber als wir angefangen haben, da Kommandos einzugeben, kam da immer der gleiche Fehler zurück. Und zwar, ich verstehe das nicht. Also müssen wir schauen, ob es irgendwelche anderen Wege gibt, wie wir an diese Firmware herankommen. Die einfachste Methode wäre natürlich, an ein Firmware-Update heranzukommen. Also haben wir diesen Juwelen gefunden, eine FTP-Seite, wo jede Firmware-Version von jedem Modell, das HP erstellt, finden Kunden. Und das hat also etwa zwei Wochen gedauert, bis wir das richtige Modell gefunden haben auf dieser Liste. Es gibt diese Seite immer noch, ihr könnt da hinkommen, schaut es euch an. Und jetzt haben wir eine Datei. Und das ist eine Firmware-Update-Datei. Das ist keine ausführbare Datei, sondern nur eine BDN-Datei. Und jetzt müssen wir verstehen, wie upgradet man eigentlich so einen Drucker, so eine Drucker-Firmware? Also wie aktualisiert man die? Hat das irgendjemand hier schon mal gemacht und da gibt es eine Meldung? Gut für dich. Okay, die Lösung ist, man druckt diese Firmware. Also der Drucker empfängt diese Firmware-Aktualisierung auf genau die gleiche Art und Weise, wie es eine Seite empfindet. Es gibt da ein HP-Protokoll, das heißt PCL-XL-Feature-Reference-Protokoll-Class-2.1-Supplement. Und das ist komplett verrückt. Das definiert eine Print-Job-Language, also eine Drucker-Auftragssprache. Es gibt einen bestimmten Port und auf dem empfängt der Drucker die Seiten und da empfängt er auch die Aktualisierung. So, das ist super und jetzt haben wir hier diese Print-Job-Sprache. Aber es dokumentiert nicht wirklich was darüber, was das Protokoll gemacht hat, weil das alles sehr proprietär ist. Wir mussten es selber machen und es selbst analysieren. Ich führe euch jetzt nicht durch den kompletten Prozess, wie wir das Ganze auseinandergenommen haben. Das ist sehr langweilig, aber ich möchte euch erzählen, dass da mehrere Schichten von Kompressionen liegen. Nile-Decoder, TIF-Decoders, Delta-Raw-Decoders. Das Ding ist, dass wenn die Drucker halt schwarz sagen, ja okay, dann ist das auch hier schwarz. Und es gibt ja eine Art von Kompression, aber es macht nicht wirklich Sinn, wenn es um Drucker-Aufträge geht. Ja, Druckpapier hat relativ viel weiße Fläche. Wenn man einen Binary-File hat, dann macht das alles überhaupt keinen Sinn, das so zu machen. Aber es funktioniert aber auf diese Weise. Also, danach konnten wir alles dekondieren und dekompressieren. Sozusagen, wenn man einen Drucker hat, dann sieht alles irgendwie wie ein Druckauftrag aus. Ja, das war super. Aber nachdem wir das gemacht hatten, wir hatten eine große Datei, von der wir hofften, dass es unsere Firmware ist. Und wie analysiert man das Ganze jetzt? Und haben wir uns das ganze Ding erstmal angeguckt. Am Anfang, da hat man so eine Art Tabelle. Es sieht nicht nur aus wie eine Tabelle, es ist eine Tabelle. Und wir haben uns das Ganze ein bisschen genauer angeguckt. Und was das Ganze definiert, ist eine Ladeadresse, ein Sektionsnamen und einen Ort in der Binary. Diese Firmware ist in einzelne Teile aufgeteilt. Und diese Sektionen sind so aufgeteilt. Und so konnten wir diese Datei in kleinere Einheiten aufteilen und jede Einheit nochmal einzeln angucken. Und dann haben wir uns die angeguckt, die am relevantesten aussah und die haben wir uns genau angeguckt. Und das ist, was wir gesehen haben. Es sieht aus wie eine Firmware. Das ist eine von den Textvarianten, die wir da eingefügt haben. Wir haben das alle vorher gesehen. Aber es ist nicht wirklich komplett richtig. Da sind noch ein paar Bytes, die da fehlen. Diese fehlenden Bytes, die sind in unserer kompletten Einheit drin. Wir müssen aber erst diese fehlenden Bytes finden. Wir müssen verstehen, warum sind sie da und warum wurden sie ausgetauscht. Also müssen wir das Ganze nochmal gemeinsam ein bisschen genauer anschauen. Aber lass uns erstmal genauer schauen, was es überhaupt hier ist. Alle gucken ein bisschen komisch, aber das ist noch eine andere Art von Kompression. Und eine sehr schlechte wieder mal. Wir haben das mit Zlib kompressiert und wir haben diese Zlib Strings gesehen. Also haben wir das einfach damit gemacht. Aber wir haben immer noch diese Herausforderung. Das ist ein Snippet des Codes, den ihr gerade gesehen habt, den wir dekomprimieren wollen. So, wir müssen erstmal das hier angucken. Es gibt diese eine Sorte Charakter und die andere. Und dann sind da noch nicht ASCII Charaktere. Die sind tatsächlich die fehlenden Bytes, die wir ja haben. Und dann gucken wir uns das nochmal genauer an. Und wenn man sich das genauer anguckt, da entsteht so eine Art von Muster. Und dann schaut euch das mal genauer an. Da sind diese einzelnen Single Bytes und dann sind da doppelte Bytes. Und der Abstand scheint immer relativ gleich zu bleiben. 9 Bytes, 8 Bytes, immer wieder. Und was bedeutet das? Wo ist hier das Muster? Wenn man auf dies ein bisschen anders schaut, dann gucken wir uns das mal so an. F7 und F7, die sehen gleich aus. Da scheint wirklich irgendein Muster zu sein. Um dieses Muster zu erkennen, muss man das Binary nochmal genauer angucken. FF ist 8 Bits. Und wenn man das konsequent für alle diese Blöcke macht, dann fängt man an das Muster zu sehen. Dass wirklich immer diese Zero-Bit in diese Lücken fallen. Und das war wirklich in der kompletten Datei so. Das eine beschreibt halt die folgenden Bits. Und das ist super, weil jetzt verstehen wir diese einzelnen Bytes, aber wir verstehen nicht diese Doppelbytes, die da noch in der Gegend rumliegen. Die müssen auch noch mit irgendwas ersetzt werden, aber mit was? Und wenn man etwas über Komprimierung weiß, da gibt es nicht viele Optionen ehrlich gesagt. Es könnte ein Forward- oder Backward-Pointer sein, es könnte ein Wörterbuch sein oder es könnte ein Sliding Window sein. Und es ist wieder das erste, also ein Forward-Backward-Pointer. Wir sehen nichts wirklich, was da nicht sein sollte. Es ist kein Wörterbuch. Wir können da nicht sehen, was irgendwie konsequent da durchgeführt wird. Also haben wir nur die eine Variante, nämlich das Sliding Window. Und sobald wir diese Information jetzt haben, dann gehen wir zum Lieblingsplatz, nämlich Google. Und dann gucken wir uns andere Implementationen davon an. Und wir haben jetzt das gefunden, diese Wiki-Seite, die beschreibt das Softest Library Format. Ich werde jetzt nicht fragen, ob irgendwer das kennt hier, weil zwischen bestimmt irgendwelche Leute, wir sind hier beim CCC. Aber es definiert eine Art von Kompression und es sieht relativ ähnlich aus zu dem, was wir da haben, tatsächlich. Es sieht sehr wie unseres aus. Es ist genau unsere Komprimierung, die wir haben. Und das ist großartig. Und das Lustige ist, dass diese Kompressionen, die wir nutzen, Die wurde schon mal benutzt, aber könnt ihr raten, wo? Ja, und es wurde tatsächlich in Commander Keen benutzt. Und der gleiche Kompressionsalgorithmus hat es irgendwie in diesen HP Drucker geschafft. Warum auch immer. Wie? Ich weiß es nicht. Ihr könnt mal schauen, ob da jemand von Kommando gefeuert wurde und dann bei HP angefangen hat. Wir werden es nie wissen. So. Jetzt wissen wir genau, was es ist und wie diese Komprimierung funktioniert. Wir haben die Daten, die wir brauchen. Diese zwei Bytes sind eine Window Location und ein Sliding Window. Ich erkläre das mal ganz kurz hier. Also wir haben einen Infotext. Also das erste Byte ist die Bitmap. Das zweite Byte ist ein A. Das ist im Sliding Window und auch in der Ausgabe. Und jetzt gehen wir da durch. B, C, D. Und A ist jetzt aber schon in dem Sliding Window drin. Deswegen müssen wir es nicht ausgeben. Und da tun wir nichts. Wir gehen auf B. Das ist schon drin im Sliding Window. Und dann gehen wir auf E und dann schreiben wir 0, 0, 0, 2. Und das bedeutet, geh in dem Sliding Window auf zu Position 0 und kopier 2 Bytes. Und dann geht es so weiter. Wir schauen uns E, F, G an. Und da kommen die Bitmap-Werte her. Also so wird das produziert. Um das von der anderen Seite anzuschauen, das ist ein bisschen komplizierter. Aber jetzt können wir alles lesen. Und als nächstes müssen wir verstehen, was bedeutet dieser Code? Aber dafür müssen wir zuerst wissen, was ist das für eine Architektur? Was ist das für ein Betriebssystem? Und so weiter. Das hat eine Weile gedauert. Ich werde es mal kurz erklären. Also das Betriebssystem heißt ThreadX. Das ist ein Echtzeit-Betriebssystem. Es hat einige Komponenten, System-Zeugs, ein paar gemeinsame Bibliotheken und Aufgaben. Das ist das gleiche wie Prozesse im normalen Betriebssystem. In dem System-Zeugs, da gehört dazu Netzwerk-Bibliotheken. In den gemeinsamen Bibliotheken sind halt gemeinsame Bibliotheken. Und in den Aufgaben, das haben wir dann uns genau angeschaut und verstanden. Und alles, was wir jetzt tun mussten, war diese bestimmten Aufgaben zu verstehen. Weil das wird unsere Aufgaben viel einfacher machen. Also damit wollen wir anfangen. Eine Sekunde bevor wir das machen. Wenn wir uns das anschauen, da ist was, das macht nicht so richtig Sinn. Was ist das? Was macht SpiderMonkey da drin? Jeder HP-Drucker hat SpiderMonkey drin. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was SpiderMonkey ist. Das ist eine JavaScript-Implementierung von Mozilla. In Firefox zum Beispiel. Warum muss ein Drucker JavaScript rendern? Also es hat ja einen Webserver drin, aber es hat ja keinen Client drin. Deswegen ist es völlig unklar, warum ein Drucker JavaScript rendern muss. Und dann haben wir also geschaut, wo genau verwendet dieser Drucker JavaScript. Und dann haben wir eine Injection gemacht. Und wir haben gefunden, dass JavaScript wird verwendet in einem Modul, das Pack heißt. Das ist die Proxy-Selbstkonfiguration. Die Sache ist die, die komplette Funktionalität von diesem Paket wurde von HP gebaut. Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir diese Funktionalität und dann sehen wir so ein paar seltsame Strings da drin. Und was es als allererstes tut ist, der Drucker wird sich verbinden mit dieser URL. Ich weiß nicht genau, warum. Aber was da interessant daran ist, wisst ihr wem fakeURL1234.com gehört? Es ist nicht HP. Ist das Checkpoint? Es gehört mir. Es war einfach nicht registriert. Also haben wir das für 5$ registriert. Und jeder HP-Drucker verbindet sich mit meiner Domain. Also wenn irgendjemand diese Domain kaufen will, ich mach euch einen echt guten Preis. Und jetzt geht's weiter. Okay, vielen Dank für dich. Nachdem wir mit Spider-Monkey rumgespielt haben, war es Zeit, uns aufs Faxen zu konzentrieren. T30 zum Beispiel. Es ist ein Standard, der definiert, wie das Faxprotokoll funktioniert. Es ist ein sehr, sehr langes PDF. Das definiert all die Nachrichten, die wir brauchen und so. Es wurde 1985 designt und das letzte Update ist länger als 10 Jahre her. Das ist also eine sehr gute Idee aus unserer Perspektive, weil wir wollten Verletzungen finden, Vulnerabilities. Und nachdem wir den Standard gelesen haben, haben wir dynamisch darin gesucht und nach T30-Aufgaben gesucht. Die Zustandsmaschine ist ziemlich groß, wie man hier sehen kann. Das ist eine kleine Zustandsmaschine, weil alle Call-Blocks noch Zustandsmaschinen in sich halten. Also insgesamt ist es eine sehr, sehr komplizierte Sache. Und wenn das nicht genug ist, stellt sich heraus, HP mag wirklich globale Variablen und Funktionspointer. Also das Reverse zu Ingenieren wird wirklich sehr, sehr kompliziert. Obwohl ich persönlich ja gerne statisch Reverse Ingeniere, diesmal mussten wir mit einer anderen Taktik rangehen. Wir mussten dynamisch Reverse Ingenieren. Deswegen hatten wir keinen Debugger als so, was wir vorher schon gesagt haben. Wie können wir einen Drucker debuggen? Wir haben schon J-Tag und Serial-Port versucht und das ist gescheitert. Wir haben also weiter gesucht, was wir benutzen können. Aber wir haben nichts Interessantes gefunden. An diesem Zeitpunkt ist es wichtig, uns zu erinnern. Selbst wenn wir den Ablauf kontrollieren könnten, dann ist es immer noch eine schwarze Kiste, die nur Papier schicken kann und das war's. Also wenn wir den Cut ausführen könnten, dann gibt es immer noch den Hardware Watchdog. Das ist ein echt großes Problem. Immer dann, wenn die Main-CPU in eine Losschleife geht oder anhält, dann schlägt der Watchdog an. Das bedeutet, wenn wir einen Breakpoint setzen, dann wird der Watchdog uns töten. Also mussten wir irgendwie einen Weg herum finden. Das ist, als wir herausgefunden haben. Deswegen haben wir diese unfassbar große Aufgabe in kleine Teile unterteilt. Wenn wir also irgendeine Code-Ausführungs-Schwachstelle hätten, dann könnten wir das uns Nutzen machen. Und dann hatten wir ein bisschen Glück und Glück ist ein wichtiger Teil in jedem Forschungsprojekt. Am 19. Juli gab es dieses Devil's Ivy. Viele eingebettete Geräte und dieser Drucker auch implementieren einen Webserver für Management und Konfiguration. In unserem Fall wurde das genutzt, und zwar die verwundbare Version von Ivy. Und deswegen konnten wir sie ausnutzen. Für alle, die das nicht kennen, hier ist der Code und da ist die Verwundbarkeit. Es ist ein Sign-Integer-Underflow. Man schickt genug Daten, dass der Integer vom Negativen ins Positive geht. Also wir müssen ungefähr 2 GB Daten dorthin schicken. Und das kommt jetzt nicht auf die Netzwerkgeschwindigkeit an, sondern auf die Geschwindigkeit des Druckers. Und wir konnten die Exploit-Zeit dann ungefähr auf 7 Minuten drücken. Man startet also den Exploit, dann wartet man. Und nach 7 Minuten hat man den Exploit. Und dann war es vorbei mit dem Glück. Weil wir dann den Nebeneffekt hatten, dass es nach 10 Minuten ungefähr den Drucker zum Absturz gebracht hat. Das bedeutet, wir müssen wieder 7 Minuten warten, 2 Minuten zum Debuggen und dann wird es wieder abstürzen. Okay, also wir haben viele Male 7 Minuten gewartet bei unserer Forschung. Wir wollten also einen Debugger, damit wir das dynamisch reverse-engineeren können. Wir wollten Speicher lesen und schreiben. Jetzt können wir auch den Kontrollfluss ausführen, übernehmen. Wir wollten unseren eigenen Code laden können. Und natürlich wollten wir den Debugger ausführen können, ohne dass wir in den Hardware-Schutz gelaufen. Wir wollten also uns zusammen mit dem internen Speicher vereinigen und dort drinnen glücklich rumpfuschen. Und deswegen habe ich getan, was mein Bruder immer gesagt hat, dass ich wirklich nichts tun soll. Wir haben unseren eigenen Debugger geschrieben. Das ist Scout. Scout ist ein Instruction-basierter Debugger. Es supportet die Architektur in unserem Drucker. Es hat einen Dinox-Kernel-Mode. Es ist bei uns im Embedded-Modus. Wir haben es unterm Strich irgendwo in die Firmware geworfen und gehofft, dass es ausgeführt wird. Wir haben gute Speicher-Adressen genutzt. Und immer dann, wenn es irgendwie Mem-Call oder so aufruft, dann findet es die richtige Adresse und springt dorthin. Nachdem wir es kompiliert haben, haben wir es in unserem Exploit benutzt. Wir sind in diesen Blog gelaufen. Es macht deinen TCP-Server auf und dann können wir da Befehle hinschicken, um Speicher zu lesen, zu schreiben und alles zu machen, was wir machen. Ihr könnt Scout auf GitHub finden, mit ein paar Beispielen für den Linux-Kernel-Treiber und für die eingebendete Modus. Also ich kann das sehr empfehlen. Ok, jetzt wo wir das hingekriegt haben, haben wir euch aber immer noch nicht beschrieben, wie so ein Fax wirklich funktioniert. Mit Scout könnten wir die Firmware dynamisch reverse-engineeren und jetzt beschreiben wir euch, wie ein Fax zum Teufel wirklich funktioniert. Wir brauchen also eine sendende Maschine, um einen Fax zu schicken. Wir brauchen ein sendendes Modem. Die Pakete von dem Modem werden in der CPU prozessiert. Und wenn sie abgearbeitet wurden, dann wird es vermutlich gedruckt. Lass uns schauen, wie das losgeht. Also zuerst gibt es eine Netzwerk-Interaktion und dann probieren wir aus. Dann gibt es den Angleich und dann die Trainingsphase. Und das klingt so. Mit diesen Tönen können wir einen Tunnel, einen HDLC-Tunnel kreieren, über den wir dann Daten ausschicken konnten. In der Phase A schicken wir die Caller-ID. In der Phase B verhandeln wir sozusagen Möglichkeiten aus. Und in der Phase C geht es dann um das Eingemachte. Da werden die Daten dann transferiert. Und in der Phase D wird es abgerundet. Wir beenden unseren Prozess. Lass uns mal anschauen, wie ein normaler Schatzweißfax irgendwie über das Protokoll geschickt wird. Okay, wir haben dieses Protokoll. Es geht über den Tunnel. Über Phase C wird es transportiert. Und das angekommene Dokument ist dann ein TIF-File-Body. Aus unserer Perspektive ist es zum Teil gute Nachricht, weil es gibt viele Verfundbarkeiten. Und wir können nur die Daten kontrollieren, weil die Header kommen von Phase 1 und Phase 2. Das können wir also noch nicht kontrollieren. Also wir haben die Kontrolle über Teile von einem TIF-File. Und dann wird es gedruckt. Wie in jedem guten Protokoll, und das ist sehr interessant, T30 unterstützt viele Erweiterungen. Könnt ihr euch vorstellen, welche interessanten Erweiterungen im Protokoll sind. Es gibt eine Security-Extension, aber keiner nutzt sie. Es ist die Color-Extension, die Farberweiterung. Die Briten benutzen es zum Beispiel in Krankenhäusern. Lass uns schauen, wie ein farbiges Fax aussieht. Wir schicken ein Dokument über den Tunnel und über Phase C wird es gesendet. Und die erhaltene Datei ist ein JPEG-File, und zwar Header und Body. Und dann wird es an den Drucker geschickt. Jetzt wissen wir, wie Fax funktioniert. Lass uns nach Verwundbarkeiten suchen. Also wir haben diese komplexe Zustandsmaschine mit ein paar Schwachstellen. Und die praktischste Ebene davon ist die Applikationsebene. Also haben wir angefangen, uns diese JPEGs anzuschauen. Wenn wir uns da so ein JPEG-File anschauen, da sind Markierungen drin, da ist ein Anfangs-Starter, Länge, Daten, Länge, Daten und so weiter. Wenn wir uns das genauer anschauen, auf einem bestimmten Marker, da gibt es eine Kompensationstabelle, eine 4x4-Kompensionsmatrix für dieses JPEG-Bild. Da ist wieder Kopfdaten, die Länge und die Matrix und die Daten selbst. Wenn wir noch genauer hinschauen, dann können wir sehen, dass hier die Matrix, die ist spars, also da sind viele Nullen dabei. Die Länge ist in dem Fall 6 Bytes und die werden kopiert in einen kleinen lokalen Puffer. Und dann haben wir gedacht, was zum Fax? Das macht ja keinen Sinn. Wir kontrollieren noch den ganzen Header. Wenn wir Dateien oder Daten in diese Matrix reintun und der länger ist und der dann in diesen Stack reinkopiert wird, dann haben wir einen Puffer-Überflow. Das ist ein ganz einfacher Buffer-Überflow. Es gibt da überhaupt keine Beschränkungen, wir können was auch immer da reinkopieren. Und das sind 4 KB, die wir kontrollieren. An diesem Punkt mussten wir einige Betriebssystemsbeschränkungen umgehen. Aber das ist ideal, das ist ganz einfach. Wir haben uns die CVs angeschaut. Ihr solltet wirklich eure Drucker jetzt patschen. Hier sieht man die Antwort, die wir von HP bekommen haben, als wir mit ihnen über die Schwachstellen besprochen haben. Und das ist eine gute Zeit für unsere Demonstration. Wir konnten keine Live-Demo leider mitbringen, deswegen haben wir hier was für euch gefilmt. Also dieser Computer ist mit dem Modem verbunden für 10 Dollar auf Amazon und wir schicken das an diesen Drucker. An diesen Modem. Und hier steht, einkommender Anruf. Von wem? Eine Sekunde. Von einem bösen Angreifer natürlich. Das können wir ganz einfach überschreiben. Überschreiben. Und jetzt empfängt es hier das Fax. Es ist natürlich ein Farb-Fax. Wir haben jetzt totale Kontrolle über diesen Drucker. Es ist unseres noch. Und was wir jetzt zeigen können, ist, dass wir das auf einen weiteren Computer übertragen können. Sobald also irgendein Computer an dieses Netzwerk angeschlossen wird, dann versuchen wir das, den auch anzugreifen. Und das sieht man dann hier. Wir haben es geschafft. Es hat lange gedauert. Zur Zusammenfassung. Also PSN ist immer noch eine Angriffsoberfläche in 2018. Versucht einfach nicht Fax zu verwenden. Was könnt ihr tun, um euch gegen diese Katastrophe zu verteidigen? Ihr könnt euren Drucker patchen. Falls euer Drucker diese Schwachstelle hat. Das sind 300 Modelle, die da betroffen sind. Also tatsächlich, geht hin, aktualisiert euren Drucker. Wenn ihr keinen Fax braucht, dann verwendet es einfach nicht. Falls du tatsächlich Fax verwenden musst, dann versuch den Drucker so ein bisschen separat zu behandeln von dem Rest von eurem Netzwerk. Und dann kann der Angreifer nicht das ganze Netzwerk übernehmen. Das sind wirklich gute Vorschläge. Aber versucht einfach, also hört einfach auf Fax zu verwenden. Vielen Dank, danke. Eine Sekunde bevor wir hier aufhören. Das hat wirklich lange gedauert. Es war ein langer Weg. Wir hatten gute Freunde, die uns da geholfen haben. Physisch, mental, technisch. Das hier sind die Leute. Manche von denen sind hier. Bitte. Klatsch für die. Ein ganz besonderer Mensch, der uns hier geholfen hat. Das war Jena Elifne. Das verdient er. Und das war's. Wenn ihr uns folgen wollt, ihr könnt uns hier finden. Und vielen Dank. Danke schön. Es gibt noch fünf Minuten für Fragen und Antworten. Also bitte geht ans Mikrofon. Wenn ihr gehen wollt, geht bitte rechts raus. Also von euch aus gesehen, von rechts. Ähm, genau. Dann geht mal an die Mikrofone. Also zuerst vielen Dank für diesen Talk. Das macht ja wirklich Angst zu sehen, wie das funktioniert. Ähm, ihr habt darüber geredet, dass E-Mail auf Fax oder Fax auf E-Mail geht. Ähm, ist es möglich, dass es Schwachstellen gibt, ähm, da drin? Ich weiß, dass die Router von Freunden das unterstützen könnte, die die auch angreifen. Okay, also im Wesentlichen, wenn sie T30 auch benutzen. Wir haben es nicht geschafft, die auch anzugucken. Wir hatten so viel zu tun mit den Druckern. Wir haben auch nicht mit anderen Druckern oder Diensten uns beschäftigt. Aber ich kann sagen, ich kann es nicht sicher sagen, aber wenn du nach Verwundbarkeiten suchst, dann würde ich vorschlagen, dort auch zu suchen. Ähm, was könnt ihr sagen über die Daten, die an dieser URL sitzen? Könnt ihr was über diese Maschinen sagen, die da an eure Fake-URL anklopfen? Ich kann sagen, dass es ganz schön viele HP-Drucker gibt. Das ist alles, was ich euch verraten kann. Tut mir leid. Es gibt dann noch eine weitere Frage vom Signalengel. Ähm, habt ihr versucht, den JTAG zu aktivieren mit einer veränderten Firmware? Wir haben versucht, den JTAG zu benutzen und wir denken, dass es von Fabrik, von Werk aus deaktiviert ist. Ähm, und deswegen haben wir Devil's Ivy benutzt. Das ist eine gute Verwundbarkeit. Und dann hatten wir Scout. Scout ist mehr als genug für Debucking. Nachdem wir also die JTAG-Vulnerability genutzt haben und Scouter drauf geschoben müssen haben, hat es mehrere Wochen überlebt. Also war es mehr als gut genug. Okay, Mikrofon Nummer zwei bitte. Ähm, vielen Dank für den schönen Talk. Ähm, und ja, völlig recht, man kann ganz viele Probleme mit alten Protokollen haben. Das einzige, was ich nicht verstanden habe, war der Teil, wo ihr dann automatisch und erfolgreich das Laptop übernehmen konntest. Also ich würde ja sagen, ähm, mein Laptop ist genauso sicher, wie es im Internet-Café ist. Ähm, deswegen könntet ihr nicht einfach von einem Drucker aus, ähm, auf meine Linux-Maschine den Taschenrechner anmachen. Okay, dein Laptop ist vielleicht sicher, ähm, aber viele andere sind es nicht. Wir haben versucht, das zu zeigen, indem wir das External-Blue-Export genutzt haben, WannaCry und so. Diese Sachen, die haben viele, viele, viel erreicht, äh, oder viel beeinflusst. Wir sind hier nicht, um Leute anzugreifen. Wir wollten nur sagen, dass wenn jemand ins Netzwerk will und er diese, äh, Verbundbarkeit hat, die du vielleicht noch nicht hast, dann ist Fax echt eine Scheiß-Idee für dich. Okay, leider haben wir, äh, keine Zeit mehr für weitere Fragen. Äh, also vielen Dank nochmal. Das war wirklich schön. 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 Hö事ststand von den ganzen Asylen